Die 100 wichtigsten Verben im Deutschen, Verben 61 bis 70. Entstehen, entstehen. Auf dem Meer entsteht gerade ein Taifun. Auf dem Meer entsteht gerade ein Taifun. Wann ist die Fotografie entstanden? Wann ist die Fotografie entstanden? Erhalten, erhalten. Ich habe deine Nachricht erhalten. Ich habe deine Nachricht erhalten. Wir erhalten durch das Internet viele Informationen. Wir erhalten durch das Internet viele Informationen. Treffen, treffen. Ich treffe heute einen Freund. Ich treffe heute einen Freund. Wann treffen wir uns? Wann treffen wir uns? Suchen, suchen. Entschuldigung, ich suche die Toilette. Entschuldigung, ich suche die Toilette. Was suchen Sie? Was suchen Sie? Ich lege das Buch auf den Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch. Wohin habe ich mein Handy gelegt? Wohin habe ich mein Handy gelegt? Vorstellen, vorstellen. Vorstellen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Sie hat uns heute ihren Freund vorgestellt. Handeln, handeln. Wir müssen handeln. Wir müssen handeln. Erreichen. Dieser Film handelt von Taiwan. Dieser Film handelt von Taiwan. Erreichen. Erreichen. Ich möchte dieses Ziel erreichen. Wir haben den Flughafen pünktlich erreicht. Tragen. Ich trage gerne T-Shirts. Er trägt einen Koffer. Er trägt einen Koffer. Er trägt einen Koffer. Schaffen. Schaffen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Können wir es schaffen? Bleib dran! Im nächsten Video findest du die Verben 71 bis 80. 3 0 6 00 7 00 1 0 Untertitelung des ZDF, 2020